Ja, Tom Schwarz, der schwitzt schon mal an für die Pressekonferenz hier im Boxgim in Magdeburg. Aber er macht nicht nur konventionelles Boxtraining mittlerweile, sondern auch EMS-Training. Da werden alle zwölf Sekunden einen Bewegungsstromstoß Ihnen gegeben und dabei müssen Sie Ihre Muskulatur anspannen. Wir sehen gerade mal die Bilder. Was macht das mit Ihnen? Also das macht zumindest eins mit mir. Nächsten Tag kann ich mich gar nicht bewegen. Ich bin ein kompletter Muskelkörper, am ganzen Körper. Aber im Endeffekt, dann so zwei, drei Tage später, bin ich komplett stabil und ich merke das auch, dass die Muskeln so ein bisschen fester sind und dass ich mehr Spannung habe auf dem ganzen Körper. Und es sah so aus, als ob es wirklich anstrengender wäre als normales Boxtraining. Ist das wirklich so? Ja, natürlich ist es extrem anstrengend, wenn er ganz hoch dreht und dann sind die Muskeln so angespannt, dass man sich gar nicht mehr bewegen kann, nur noch ein bisschen. Und da muss man sich dann anstrengen, um die Bewegung ausführen zu können. Haben Sie nach Ihrem Kampf gegen Tyson Fury gedacht, okay, das ist so etwas, was mir noch fehlt zur Weltspitze? Ja, sowas zum Beispiel. Und natürlich die körperliche Voraussetzung, noch die Stabilität und das wollen wir jetzt auf jeden Fall hinkriegen. Dafür auch natürlich den Kampf am 28.09. in der Stadthalle. Tom Schwarz hat das Kampfplakat auf Instagram gepostet und Tyson Fury hat das kommentiert mit Go Champ, mach weiter so. Große Ehre für Sie? Absolut, also ich dachte, das ist erst ein Gag oder so, aber natürlich ist das eine Riesenehre für mich und bombastisch, finde ich sehr gut. Können Sie sich eine Revanche gegen Tyson Fury nochmal vorstellen? Auf gar keinen Fall. Warum? Das ist mir viel, diese Arme, keine Ahnung, die sieht man gar nicht. Die Affenarme sind zu lang. Lieber gegen Joshua, das ist besser, ja. Gegen Joshua, es wäre auch ein guter Kampf, da ging es bestimmt auch wieder um den Weltmeistertitel. Tom Schwarz, vielen Dank und viel Spaß gleich bei der Pressekonferenz und damit zurück ins Studio.